BW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich Willkommen. Ob zum Geburtstag oder als kleine Aufmerksamkeit, mit einem Gutschein als Geschenk kann man eigentlich nicht viel falsch machen. In Balingen geht man beim Thema Gutschein jetzt neue Wege, denn ab nächster Woche soll die neue Balingen-Kart den bisherigen Balinger Gutschein ablösen. Kurz vor dem Start des Projekts haben die Beteiligten das Projekt einmal vorgestellt. Noch knapp eine Woche dauert es, dann erscheint die Balingen-Kart. Mit dem Kärtle fürs Städtle, wie die Gutscheinkarte auch genannt wird, sollen die Bürger dann bei allen sogenannten Akzeptanzpartnern der Karte zahlen können, also bei teilnehmenden Händlern vom Kaffee bis hin zum Einzelhandel. Besonders stolz ist man in Balingen dabei auf den digitalen Aspekt. In Balingen haben wir die analoge Balingen-Kart bisher gehabt, also unseren Balinger Gutschein, der über 20 Jahre lang erfolgreich war. Und jetzt müssen wir einfach auch die Transformation in eine digitale Welt vollziehen, auch mit den Händlern. Und deshalb war einfach auch die Idee, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um von analog in die digitale Welt zu wechseln. Die Idee für das Konzept habe man schon seit ein paar Jahren. Wegen der Gartenschau seien die Pläne aber erst einmal hinten angestellt worden. Bis jetzt. Sowohl für die Bürger als auch fürs Gewerbe habe das vor allem einen Vorteil. Dass alles einfacher geht in Zukunft, dass auch Guthaben nicht mehr verfallen, sondern dass sie relativ schnell auch zugreifen können auf das Geld und dass alles eigentlich einfacher geht. Klar, die Umstellung, das ist zunächst mal die Herausforderung für alle, bis man sicherlich versteht, wie es funktioniert. Doch wie funktioniert das eigentlich? Die Karte bekommt man bei den jeweiligen Partnern kostenlos. Nach der Registrierung über einen QR-Code kann diese dann aufgeladen werden. Ein Limit gibt es nicht, allerdings gehen pro Monat nicht mehr als 250 Euro. Gezahlt wird dann bargeldlos an der Kasse, zum Beispiel mit dem Smartphone. Doch die Karte kann noch mehr, verspricht die Stadt. So sollen auch Arbeitgeber ihren Mitarbeitern über die Balingen-Kart Sachzuwendungen machen können. Hat ja der Arbeitgeber oder jeder Arbeitgeber hat die Möglichkeit, bis zu 50 Euro steuerfrei seinen Mitarbeitern sozusagen zur Verfügung zu stellen und das läuft jetzt automatisiert, wenn es der Arbeitgeber wünscht. Aber auch da haben wir sehr, sehr positive Gespräche entsprechend über die Karte. Dirk Abel erhofft sich aber auch für die Stadt selbst einiges von der Neuerung. Für uns als Stadt ist es natürlich ein großer Imagegewinn, weil wir jetzt eine schöne Karte haben, auch mit unserem Logo drauf quasi und dem Zollernschloss Körtle für Städtle. Die wird dann sicherlich sich verbreiten in der Stadt bei den Bürgerinnen und Bürgern, bei den Arbeitgebern. Wer übrigens noch den Balinger Gutschein besitzt, muss sich keine Sorgen machen. Auch dieser kann noch bis Ende 2027 eingelöst werden. Weitere Infos zur neuen Karte, unter anderem zu den teilnehmenden Partnern, gibt es ab dem 1. Oktober. Am gleichen Tag ist die Balingen-Karte dann auch erhältlich. Der Rücktritt von Ricarda Lang und Omid Nuripour als Bundesvorstand der Grünen verdiene höchsten Respekt, so heißt es in einer Pressemitteilung der baden-württembergischen Landesvorsitzenden der Partei, Lena Schwelling und Pascal Hagenmüller. Er mache den Weg frei für die dringend notwendige Erneueraufstellung der Partei nach den deseströsen Wahlergebnissen bei der Europawahl. Man müsse Handlungsfähigkeit beweisen und die Probleme lösen, die die Menschen umtreiben würden. Nur die Grünen, so heißt es weiter, würden die dringend notwendige Sicherheitsbotschaft mit einem klaren Zukunftsversprechen verbinden und darauf müsse der Fokus liegen. Schwelling und Hagenmüller wollen die eigenen Erfahrungen und das Erfolgsrezept aus Baden-Württemberg in die Erneuerung der Bundespartei mit einbringen. Drohen die Planungen für Windräder in der Region Neckaralp zu scheitern? Rund 440.000 Einsprüche haben Bürgerinitiativen im April gegen die Windenergiepläne des Regionalverbands eingereicht. Ein Großteil davon ausgedruckt auf Papier. Windkraftbefürwörter kritisieren, damit wolle man die Planung ausbremsen. Bis die analogen Einsprüche digital verarbeitet sind, stocken die Planungen, denn jede Stellungnahme muss geprüft werden. Windkraftbefürwörter und Regionalverbände fordern deshalb, Einsprüche sollen von nun an digital eingehen. Anfang 2025 2025 soll dann eine zweite Beteiligungsrunde starten. Und soweit die BW1-Nachrichten für heute. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bw1.de. Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 www.bw1.de.at